Das Mannschaftshotel des Weltmeisters ist selbst heute noch Sperrgebiet für die Öffentlichkeit. Logisch, es musste ja von Anfang an bis zum Ende des Turniers geplant und somit auch gebucht werden. Deswegen durften wir mit unseren TV-Kameras eben nicht hinter diese Umzäunung und dort drehen. Aber mit ein bisschen Freundlichkeit und dank der russischen Gastfreundlichkeit bekamen wir eine exklusive Führung im Watutinki Spa Hotel. Sogar das ein oder andere Foto konnten wir schießen, aber natürlich nur, weil beide Augen zugedrückt wurden. In der Tat wirkt es von außen schon ein bisschen wie eine schöne Sportschule, wie Juri Löw ja früh festgestellt hatte. Und den Eingangsbereich hätte man in einem Sterneressort schon etwas pompöser erwarten können. Auch die Gänge, die zu den Spielerzimmern führten, sind eng und dunkel. An jeder Zimmertür sind heute noch Rückennummer und Name angebracht. Die Zimmer waren beim Einzug am 12. Juni nagelneu. Der Weltmeister also der erste Gast im neuen Komplex. Alle Schlafräume sind ähnlich aufgebaut. Jeder Spieler schlief in einem Doppelbett. Die meisten hatten eine Duschkabine und nur wenige eine Badewanne, wie zum Beispiel Ilkay Gündogan. Und noch eine Besonderheit. Gündogan und Reus wohnten Tür an Tür mit Verbindungstür zwischen beiden Zimmern im zweiten Stock. Im ersten untergebracht unter anderem Thomas Müller als Nachbar von Kapitän Manuel Neuer. Daneben und auch direkte Nachbarn Mats Hummels und Sami Khedira. Die Räume, die wir sehen durften, hatten alle einen Balkon mit Blick auf den Birkenwald von Watu Tinki. Eine Etage tiefer, also unter den Zimmern, befindet sich der Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Hamam. Und der weitläufige Pool-Bereich. Hier war an der Glasbrüstung oben der Hashtag zusammen und jeder einzelne Spielervornahme angebracht. Schon schön. Die anderen Freizeitmöglichkeiten. Tennis, auch hier der Hashtag noch klar sichtbar, allerdings mit Vokalen. Und auch vom Basketballfeld ist die Spielfeldumrandung noch da. Insgesamt aber das Hotel und seine Räumlichkeiten zwar schön, aber vielleicht nicht so luxuriös und geräumig, wie es die Spieler vielleicht von anderen Orten gewöhnt sind. Und daher hielt diese schöne Sportschule selten den Vergleichen mit dem Quartier in Brasilien stand. Und wahrscheinlich wird man auch deswegen in Zukunft vom Geist vom Campo Bahia in Brasilien und vom Ungeist von Watu Tinki sprechen. Musik Musik